Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs. Lost Place Ruhe. Und jetzt habe ich was gefunden. Das zeige ich euch mal. Der Wahnsinn. Komplett eingerichtete Küche. Seht ihr das? Wahnsinn, oder? Guckt euch das an. Dann haben wir hier noch einen Raum. Guckt euch diesen Kamil. Sau krass, oder? Sau krass. Hier draußen haben wir eine Terrasse. Guckt euch die Terrasse an. Ultra geil. Ach, dieser Kamin. Der Hennemann sind. Jetzt gehen wir mal hoch. Krass, oder? Ist zwar jetzt keine Einrichtung mehr drin. Das ist auch krass. Hier noch ein Bad. Hier noch ein Raum. Da noch ein Raum. Wahnsinn. Unfassbar. Die Treppe. Absolut geil. Das ist komplett verlassen. Unfassbar, oder? Also ich bin echt erstaunt. Hier geht es dann weiter. Das war jetzt der Wohnraum. Hier geht es dann nochmal raus. In einem anderen Bereich. Ich fange nochmal, dass das hier Büroräume waren. Toiletten. Bad. Hier ist auch nochmal so. Ah, Toilette. Irgend so was. Ah, der Spiegelschrank. Guckt euch das an. Das hier sind die ersten Beweise, dass es schon eine ganze Zeit lang verlassen ist. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lange das jetzt schon leer steht. Laufbahn Recherchen 2020. Aber hier, seht ihr das? Hier oben? Kommt schon. Das Dach runter. Die Decke ist schon im Eimer. Hier hängen noch Vorhänge. Oh, das ist schon im Eimer. Das hört sich jetzt nicht mehr so. Das ist schon unfassbar. Hier auch. Also es ist schon eine Zeit lang verlassen. Hier auch nochmal, wie man das sieht. Hier hinten, Spiegel. Das hier. Das hier war der Wohnbereich. Und hier geht es dann wieder raus nach unten. Und hier oben, seht ihr? Ich verschwimmel richtig viel. Also ist schon eine Zeit lang verlassen. Krasser Scheiß, oder? Vor zwei Jahren hat das Ding zugemacht und ich kann mich daran erinnern, dass hier lauter Bänke standen und dass man hier noch gut essen konnte. Das ist schon krass. Hier an den Scheiben seht ihr ja, dass hier schon länger verlassen ist. Wenn ihr schaut, das hier alles gehört noch zu diesem Gebäude, wo ich jetzt gerade war. Das ist eine Riesenbrauerei, die waren sehr sicher. Aber die ist leider nicht offen. Nur ist das Verwaltungsgebäude, hätte ich erst mal gesagt. Hier könnt ihr jetzt reinschauen. Hier geht es dann auch rein. So weit fängst du auch nicht mehr, aber geht da davor. Ja. Wahnsinn. Hier oben. Die Scheibe ist schon kaputt. Und was? Und wenn euch das kleine Loftplace Abenteuer gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert die Glocke. Und sagt mir weiter, kommentieren. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao.